Willkommen zurück ihr Lieben. Meine Omi hat immer gesagt, das Leben eines Menschen erkennt man unter anderem auch an seinen Händen. Ich konnte oft beobachten, wie meine Omi ein glückliches Hühnerei von Eiweiß und Eigelb trennte, ihre Hände oder ihr Gesicht reinigte und eiklar mit einem Pinsel auf ihre Hände oder ihr Gesicht auftrug. Sie ließ es einwirken, bis es eingetrocknet war und dann wusch sie es wieder ab. Wie ihr seht, habe ich das auch übernommen und ich muss euch sagen, ich bin sehr zufrieden. Eiweiß enthält Vitamin B, welches ihr vielleicht besser als Biotin kennt. Vitamin B5 zum Beispiel kann Hautzellen regenerieren und das enthaltene Vitamin A unterstützt die Zellerneuerung. Dann haben wir noch wichtige Aminosäuren, welche eure Haut stabilisieren und festigen können. Aber Achtung, Menschen mit einer Eiweißallergie sollten verzichten. Eiklar ihr Lieben. Bye Bye.